Wir hören noch ein Wort des heiligen Ludwig Maria Grignon von Montfort. Wer sich Maria weiht, den taucht sie in die Fülle ihrer Gnaden ein. Sie krönt ihn mit ihren Verdiensten. Sie erleuchtet ihn mit ihrem Licht. Sie entzündet ihn mit ihrer Liebe. Sie schenkt ihm ihre Tugenden. In dem Ausmaß, wie die geweihte Seele Maria gehört, gehört Maria ihr.